Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem kleinen Infovideo. Ja, das ist heute wirklich nur ein kleines Infovideo, denn es ist Mest hier mit Ankündigen, die jetzt für heute am Samstag, den 14.12. ein bisschen größeren Stream machen werden heute Abend, bei dem wir einmal Minecraft zocken und uns danach die Game Awards 2019 nach ansehen. Das ist im Prinzip die letzte Saison, da hat mir nämlich auch zuerst Minecraft gesorgt und danach die Game Awards angesehen. Der letzte Saison haben wir den ganzen Spars auch live angesehen, dieser ging es dann mir aus organisatorischen Gründen leider Gottes nicht live. Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ne, wenn es live nicht geht, ich will es aber trotzdem irgendwie zeigen, da habe ich mir diese Repetition gelassen, dass wir das einfach nachholen. Und deshalb werden wir heute zuerst Minecraft zocken, so eine Stunde und danach werden wir uns die Game Awards ansehen. Das ist der Plan, das ist ja letztes Jahr was du bei Smash Bros. Splatoon 2 und danach die Game Awards, aber das ist ja im Prinzip, ne, ja, kommt aufs selbe hinaus. Der ganze Spaß wird auch länger dauern, das heißt, es wird ein bisschen komplexere Sache, das kommen wir aber hin. Wir werden heute voraussichtlich so gegen Elbe starten, am Abend, mit einer Stunde Minecraft bis heute und danach werden wir uns die Game Awards ansehen. Genau. Wir dauern auch ein bisschen, das heißt, ähm, joa, das wird, ähm, das ist ein bisschen zielender, das ist der ganze Spaß. Boah, vier Stunden lang gegen die Game Awards, das ist ja heftig. Weil drei Stunden, drei bis vier Stunden, nichts ist, was ich gerade auf der Saison sehe. Joa, das heißt, wenn wir, sagen wir, spätestens um 2 Uhr anfangen mit den Game Awards, sind wir um 4 Uhr früh fertig. Joa, nett. Aber, auf jeden Fall, ich will mir heute definitiv nachher zauern. Ist vielleicht ein bisschen verrückt, meint der eine oder andere, aber wir machen es kurz und so. Nur mal zusammengefasst, voraussichtlich gegen Elbe, kann auch ein bisschen später starten mit Minecraft, weil ich ja vorne unterwegs bin, aber voraussichtlich, wenn ich nachplanen darf. Um Elbe und Minecraft und um Zwölfe fangen wir so oder so an mit den Game Awards, also weil von nachts, heute am Samstag, also quasi, auf den 15.12. Läuften, hang an mit den Game Awards, die live zu streamen, nochmal eben nachzustremen und ja, mich würde freuen, falls ihr dabei seid, macht's gut, bis später und ciao.